Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Heute ist es soweit. Zum ersten Mal seit 34 Tagen gehe ich nach draußen in die Öffentlichkeit, weil ich einen Termin zu erledigen habe und ihr werdet mich dabei begleiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe meine Haustür verlassen und jetzt gehe ich die 64 Stufen meiner Treppen runter. So, gleich ist es soweit. Ich gehe in die Öffentlichkeit. Ihr wundert euch bestimmt über meine komische Schutzmaske. Die habe ich aus einer alten Mütze hergestellt. Da habe ich einfach oben ein Loch reingemacht. Denn irgendwie brauche ich ja eine Schutzmaske, um mich nicht unnötig mit dem Coronavirus zu infizieren. Ich muss zugeben, das Atmen, dadurch fällt mir echt schwer. Und ich merke voll, wie ich mich ein Monat nicht bewegt habe. So, jetzt ist es soweit. Ich gehe nach draußen, in die Öffentlichkeit. So, ich bin jetzt in der Öffentlichkeit. Echt ein ungewohntes Gefühl, draußen zu sein. Ich habe nur einen fünfminütigen Fußmarsch vor mir, bis ich zu meinem Termin bin. Hoffentlich stecke ich mich nirgendwo mit dem Coronavirus an. Endlich wieder rülpsen in der Öffentlichkeit. So, meine Brille besteht jetzt schon durch meine komische Schutzmaske. Deswegen kann ich da noch nicht so viel mehr sehen. Das ist echt ärgerlich. Ach, ich nehme die Brille einfach mal ab. Also langsam komme ich schon aus der Puste. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu lange nicht mehr bewegt. So, ich hoffe, ihr versteht mich durch den Baustellenlern trotzdem. So, ich habe jetzt schon die Hälfte des Weges ungefähr geschafft. Und langsam komme ich echt schon an meine Grenzen. Also, ich merke schon, wie meine Beine langsam anfangen zu ziehen. Ich glaube, einen Monat in der Couch zu liegen, tat mir echt nicht gut. Aber immerhin, dass ich einen Monat zu Hause war. Dadurch habe ich ein paar Kilos abgenommen. Ich denke mal, das meiste dürfte eher Muskelabbau gewesen sein. So, jetzt gehe ich hier durch einen Tunnel durch. Aber gleich verlasse ich den Tunnel wieder. Und das heißt, gleich bin ich an meinem Ziel. So, dann muss ich nur ein paar Minuten diesen Termin erledigen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Termin ist erledigt. Jetzt muss ich noch einmal zur Bank. Wenn ich eh schon mal draußen bin, da kann ich auch mal Geld abheben. So, dann laufe ich jetzt noch mal das kurze Stück durch den Tunnel. Ist ja zum Glück nicht weit. Äh, ich hasse Treppensteigen. Ich glaube, morgen werde ich den extremsten Muskelkater haben. So, jetzt habe ich die Bank erreicht und bis gleich. So, das Geld habe ich jetzt abgehoben. Ich bin jetzt um 300 Euro Bargeld reicher. So, jetzt gebe ich mich mal wieder nach Hause. Das reicht jetzt auch erstmal für heute nach draußen zu gehen. So, ich bin endlich zu Hause. Also, die paar Minuten rausgehen haben mir echt gereicht. Ich habe immer so mal einen kurzen Eindruck gehabt, wie sich die Öffentlichkeit so verändert hat. Das war es jetzt auch, glaube ich, von mir. Ich hoffe, euch hat mein kurzer Vlog gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh. Ihm. Wie kommtamam.